hallo leute willkommen auf meinem kanal weiter geht's mit dem selbst gedruckten 3d modell der bücker student und ich will euch da mal ein bisschen zeigen was da alles eingeflossen ist aber bevor wir weitermachen zeige ich euch jetzt erstmal was für ein flugzeug das eigentlich ist die student war ein flugzeug der bücker flugzeugwerke ein tiefdecker unverstrebt und wir sind heute hier am höhenleitwerk zugange so hier ist also das hintere rumpfstück hier ist das höhenleitwerk die sogenannte dämpfungsflosse und hier ist ein holm und den habe ich so gedruckt schaut mal dass ich hier eine verstärkungs ein verstärkungs karbonstab jetzt ist er durch eindrehen kann das blöde ist nur ich habe das ganze ausgelegt das zeige ich euch jetzt auch mal auf drei millimeter ja und was dann raus kam beim druck war 2,5 millimeter blöd ne jetzt könnte ich das natürlich aufbohren diese struktur aber ich zeige euch nachher noch am pc weil warum das nicht geht das ist eine differenz von 0,5 millimeter oben ungeteilt also 0,25 millimeter das ist genau die wandstärke der innenwand die der hier druckt aber was soll es ja wir werden irgendwo auch karbonfaser für drei millimeter her kriegen wenn nicht dann nehmen wir die zwei millimeter und drucken uns was zum auffüttern des ganzen so und jetzt wird es auch gleich spannend jetzt steigen wir gleich voll ein weil wenn das nämlich schief geht hier ja dann bleibt das ding in einer zwischenposition hängen und das war's ja warum mache ich das überhaupt also wie gesagt ich bin darauf aus diese teile im vasenmode zu drucken das heißt für die die es nicht wissen der kura sagt der spirale der fährt dann immer rum und steigt in spiralen aufwärts und das ist natürlich dann eine tolle sache ja so also alles auf einen schlag wollen wir jetzt erwischen okay ich habe mir auch schon überlegt dass ich hier draußen gar keinen kleber aufsetzen werde sondern nur hier so jetzt jetzt spannend ihr seid dabei frischen kleber habe ich okay ach ja eines könnte man vorher noch 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 tun das tue ich jetzt auch nämlich die klebefläche ein wenig aufrauen ich hoffe ich lange weil euch nicht aber vielleicht ist es für den ein oder anderen ist es vielleicht doch ganz ganz interessant wir haben schönes sonnenwetter ideal um kleines video zu drehen natürliches licht wie gesagt ist doch noch das beste mehr brauchen wir auch nicht jetzt können wir hier eigentlich einen ganz anderen weg gehen wir werden jetzt eine runde hier und dann heften wir hier nochmal an und mehr werden wir jetzt gar nicht tun und das zeug läuft schon überall davon aber das sind halt auch leer stückchen wo man eben dann entschuldigung ich weiß kurz aus dem bild aber jetzt wird es spannend falsche seite habe ich kurz gedacht aber mitnichten das passt alles und hier muss es natürlich ist okay sorry ich war kurz aus dem bild meine freunde aber das ist halt immer schwierig alles gleichzeitig zu machen aber schaut mal es hat geklappt und wenn ich das jetzt wer meine wer meine pzl verfolgt hat ja die liebe ich auch ja aber hier bin ich ohne jetzt mich selbst leben zu wollen schreibt es mir in die kommentarzeile wie ihr darüber denkt ja doch schon ein stückchen weiter gut dann soll das jetzt mal trocknen hier und wir wenden uns allen anderen stellen zu auch hier nochmal an den überflüssigen klebstoff da muss ich mir noch so eine art pipette oder sowas bauen ich habe da schon was gesehen manche haben da so eine so eine ja wie so eine art medizinische spritze und wir gehen jetzt weiter jetzt zeige ich euch das nächste hier schaut mal das ist die eine hälfte des höhenleitwerks und jetzt schaut mal wie wie genau der hier gedruckt hat und das sind dann kommt auch gleich diese 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 1 mm carbonstäbe die gehen hier perfekt rein und das einzige das einzige was noch nicht so gut passt das sind dann die die lagerböcke die lagerböcke so dass ihr das auch seht hier am glick ups hier geblieben kurz cut so da sind sie das ist jetzt schon der zweite druck hier der ist schon kürzer und viele sagen von euch vielleicht das ist zu grazil aber ich will es halt irgendwie originalgetreu haben so jetzt passt es nochmal scharf hier schaut aber und jetzt gehen wir wieder auf das höhenleitwerk drauf schauen wir mal die drehachse liegt noch viel zu weit draußen ja ich zerlegs wieder das ruder das ruder soll ja hier in dieser nut laufen ja da ist übrigens auch die stoffbespannung nach imitiert ja so so soll es ja in etwa aussehen ok und weiter geht's ich denke mal das hat er jetzt schon abgebunden so das hier ist jetzt also die andere hälfte des ruders des höhenruders und da müssen wir noch jetzt den support für den zweiten spalt des lagers da ist der eine und ich habe das ding ja so stehend gedruckt und dann muss ich natürlich hier einen support ein so jetzt versuchen wir den support hier loszuwerden ihr seht mir bitte nach wenn bei diesen videos manchmal das paar sekunden langweilig ist vielleicht oder sonst was aber das ist dann schon sehr schwierig gerade wenn es so eine diffizile klebung ist ja und und dann auch noch filmen so offensichtlich ist der support hier auch mit bottom wie sagt der kura bottom surfaces ja bottom lines die kann man ja an oder abwählen ich bin aus dem bild schon wieder ich sehe es gerade jetzt bin ich wieder da ok ich mach mal stop hier so also da war der support jetzt offensichtlich zu zu solide ja aber hier seht ihr jetzt auch mal ich habe leider in die struktur hier jetzt rein rein gesägt ja da war alles ein lernprozess muss ich halt na ein teil wieder ankleben wo ist es wo ist es ich wollte es euch noch zeigen hier muss man ein teil davon ankleben ok das hat nicht so super funktion das macht aber nichts ja das gehört alles dazu und mit dem bloßen auge sieht es dann auch nicht so dramatisch aus wie hier gut und die zwei sachen ja das wollte ich euch jetzt noch zeigen die kommen die kommen natürlich zusammen und dazwischen kommt auch so ein lagerbock wie beim richtigen flugzeug ja wie gesagt hier muss ich noch ein bisschen schöner feilen oder nochmal ein ende ankleben aber da ist wirklich der support ist da dermaßen mit der struktur verschwommen da war kein unterschied mehr aber ich klebe da noch ein bisschen wieder dran und verschleift das alles apropos verschleifen ist auch interessant warping ist ja immer ein thema ja und das seht ihr schon hier ist auch das eine ist ein bisschen geworbt das war das hier da gibt es dann natürlich noch eines da eine plane fläche weil die werden ja aneinander geklebt und da will ich euch jetzt was zeigen da habe ich auch ein short darüber gemacht das verlinke ich ja da gibt es in cura gibt es hier eine neue sache das ding heißt ich schreibe es euch rein ich habe es wieder vergessen aber guck mal da kann man an den kritischen ecken kann man da zusätzlichen ich glaube prim heißt machen und zwar so dass nämlich die ganze ganze fläche die ganze die ganze linie die ganze aufstandslinie beeinträchtigt ist sogar die verklebung hat funktioniert so wie es aussieht jetzt können wir also diesen montage bolzen nenne ich es mal wieder ziehen ja die aufmerksam haben es gesehen die naht hier ist vorne ist doch noch mal aufgegangen ihr seid live dabei das werde ich nachher noch mit dem zahnstocher noch ein bisschen sekundenkleber beibringen so jetzt geht es weiter hier mit dem holm vielleicht auch ein bisschen zierlich und der soll einfach auch die struktur verstärken aber ich muss sagen ich komme hier mit dem mit dem sekundenkleber noch nicht so ganz zurecht den ich mir jetzt hier angeschafft habe aber however so jetzt soll ich da mit den fingern dran lang ungern 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 egal passiert so schaut mal und tschüss also dieser sekundenkleber ich hole mir mal das muss ich ganz ehrlich sagen vielleicht liegt es aber auch vielleicht tue ich ihm unrecht vielleicht liegt es auch an dem an dem pla ich habe das jetzt von colorfab lässt sich schön drucken ja gar keine frage aber vielleicht gibt es da halt probleme mit dem mit dem kleben ja ja however schaut mal der verstärkungsring ist drin wie beim großen flugzeug auch apropos großes flugzeug mit der mit der mit der mit dem schwesterchen von von der hier ja von der student mit der 131 jungmann hat der papi einige flüge gemacht ja also ich sag mal wenn es 50 waren waren es wenig natürlich mit stick time ja lange geschichte so jetzt schaut mal an wenn das hier jetzt alles fertig ist noch ist es ja nicht der fall dann wird der leitwerksträger hier aufgesetzt ich gehe es mal runter vom stativ dann könnt ihr das besser sehen augenblick also so schaut es dann aus das ist auch immer eine kunst hier diese absätze so genau hin zu kriegen hier seht ihr das erstens dass es nicht nicht einreißt da muss man immer einen da muss man immer einen übergang drucken aber das zeige ich euch in einem anderen video so was kann ich euch jetzt noch zeigen ja was mich immer gestört hat sind diese kantigen strukturen hier und das habe ich jetzt auch ausgefunden weil blender tut die inter interpolieren ja die legen dann ab bis je rundungen rein aber schaut mal das sind schon unterschiede jetzt ja wie gesagt wasen mod und vor allem der quad remesher also hier ist die pz 11 und da seht ihr noch diese ganzen strukturen die kommen einfach daher wenn zu wenig stützpunkte in der in der in dem mesh sind ja also das haben wir auch im griff so da kommen wir jetzt mal zum zum rumpfmittel teil und da werden wir auch noch den hinteren spannend einbauen und dann seid ihr für heute erlöst die flügel werden mit einer carbon zunge angebracht das seht ihr hier da bin ich so ganz durch bisschen anpassungsarbeit vor allem ist es eine menge arbeit das so zu machen dass das auch genau passt die flügel soll ja nicht schlagern im flug und dafür haben wir hier ein der fachmann sagt zungenkasten ja so hieß das früher als wir noch balsam modelle gebaut haben ja so ok das schlagert hier noch ein bisschen und das will ich natürlich auch noch spielfrei kriegen erstens maßlich nachziehen und zweitens hier also den druck ich nicht noch mal aus da wird einfach ein bisschen was eingeklebt so und dann wird der kommt er hier so rein hinten sind auch noch auch noch bohrungen da ist es drei millimeter jetzt wieder zu klein da nehmen wir fünf millimeter oder vier millimeter ja also so ist das geplant die flügel die sollen irgendwie so so werden vielleicht mit ein zwei rohrförmigen verstrebungen innen ja das war mal ein testlauf also das ist nicht das originale flügel profil das hier was jetzt zur anwendung kommt ist ein klark y das ich unten ein bisschen also es ist ein halb symmetrisches profil geworden das klark das original klark y ist ja kein symmetrisches profil ich hoffe es funktioniert so jetzt setzen wir hier noch diesen diesen spannend ein ja der sitzt schon ganz schön ganz ordentlich ja gleich seid ihr erlöst die akkuladung geht auch in die knie so ich versäuber die ecken doch noch ein bisschen das war noch die vor quad remasher zeit wenn da aber interesse ist dann zeige ich euch das alles mal ja ich habe dann drei monat für drei monate habe ich bezahlt und gestern abend hatte ich noch so richtig die arbeitswut und dann waren die drei monate plötzlich um aber ich habe es hingekriegt gut also hier wir setzen den so ein und heften ihn mal hier oben an schon wieder verrutscht bitte um entschuldigung ok noch mal noch mal auszentrieren dass er auch wirklich schön oben ankommt und ein tröpfchen von dem wundermittel wenn der nicht wenn der nicht funktioniert werde ich den nicht verlinken aber ich probiere ihn erst noch mal bei dem anderen PLA aus ja mein handschuh hat er verklebt ja das ist ja schon mal was aber es ist schon nun ja ein bisschen anspruchsvoller so jetzt ziehe ich den hier noch ein bisschen raus dass ich da noch ein bisschen Spannung rein kriege wie bei einem weinfass nur von innen beim weinfass geht es ja über außen ok ich traue dem Zeug nicht aber jetzt schandt er sich irgendwie vielleicht hätte man ihn auch schütteln müssen ich weiß es nicht er liest schon Betriebsanleitungen ja also wie gesagt den Handschuh verklebt er ganz gut so und jetzt hole ich den Spann hier raus warum tue ich das weil das zeige ich euch nachher gleich noch schaut mal der ist ein bisschen zu ja ich sage es einfach zu zierlich konstruiert hier könnte man ruhig mal schreiben was er so allgemein zu meiner Art so ein Modell zu konstruieren sagt ja ich bin jetzt natürlich auch schon an dem Punkt wo ich sage möglichst viel integral in also dass man möglichst wenig Drucke hat ja aber ich glaube ich komme ja vom Balsam Modellbau ok und ich glaube so dieses mit Spanten und Rippen arbeiten so ganz kriege ich das nicht mehr raus aber aber also ich persönlich finde es auch ganz schön nett so jetzt jetzt wo es hier hat es jetzt natürlich geklebt hier wo es wo es vielleicht naja jetzt klebt er besser ok das kriegen wir es auch hier nicht mehr dann sitzt halt der Spant nicht ganz hundertprozentig da in seiner in seiner Position damit müssen wir leben beim nächsten Mal werde ich das anders machen ja mit Anschlägen und allem ja weil soll ja vielleicht auch mal andere das Modell ausdrucken gut aber Freunde für euch war es das jetzt heute ja nochmal ein letzter Schwenk übers Schlachtfeld Rumpf Mittelstück hier kommt natürlich noch die die Abdeckung rein ja ach ja das wollte ich ja auch noch zeigen Thema Integral also die Servos das war ja bei der PZL 11 war das ja alles noch ein ein Gestückel ich gebe es ganz ehrlich zu ich war ja froh wenn überhaupt das aus dem Drucker gekommen ist ja also ist auch noch nicht hundertprozentig aber hier sind jetzt schon die die Servo Befestigungen vorgesehen hier trocknet es vor sich hin Leitwerksträger Rumpf Mittelteil Holmkasten und ich würde mal sagen das war es für heute danke fürs Anschauen ich hoffe dem einen oder anderen waren vielleicht doch guter Tipp dabei Ciao Ciao